Hallihallo bei Conny Canarias. Ja was sage ich euch gerade noch die Landung im Flugzeug gefilmt und jetzt sind wir schon hier am Strand in Maspalomas. Ja wir müssen unserem Strand hier und unserem Leuchtturm ja mal Hallo sagen. Deswegen nur gerade kurz die Koffer abgestellt und mit den Fahrrädern zum Strand. Und hier sind wir jetzt mal beim El Senador. Denn vorne beim Surfburger ist es heute ein bisschen windig und deswegen haben wir gedacht bleiben wir doch ganz einfach hier im Senador. Wir bekommen jetzt noch mal Besuch von Hans und Sonja. Die haben uns auch vom Flughafen abgeholt. Ja war eine schöne Reise. Family getroffen. Mit meiner Mutter unterwegs gewesen. Meine Tochter in Hannover besucht. Und ja war schön. Mein Sohn war ja auch dabei und war mal was anderes. Bisschen Familientreffen. Ja es ist gut windig hier. Man sieht es auch auf dem Wasser und ihr werdet sicher auch hören. Aber wir sind ja froh wieder hier zu sein. Klar nach so vielen Jahren die man hier verbracht hat, die man hier lebt. Deutschland ist nicht mehr unser Land. Nein und irgendwie wird es auch immer weniger. Ja. Ja klar. Vielen Dank. 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 Ja, ja, ja. Es ist immer Strand, Ja, ja. So, hier nochmal ein kurzer Nachtrag an der Charka de Mas Palomas. Ja, schaut euch hier dieses Panorama an. Die Berge werden noch von der untergehenden Sonne angestrahlt. Und selbst der Roque Nublo ist zu sehen. So, macht's gut und bis bald. Gut. 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 Gut.